Hallo, Martimeter hier. Willkommen auf meinem Kanal. Hier geht es um die Entwicklung eines wissenschaftlichen Weltbilds, garantiert ohne Esoterik. Am vierten Tag jedes Monats gibt es hier ein neues Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr unbedingt meinen Kanal abonnieren. Das hätte auch den Vorteil, dass ihr dieses nervige Video nicht mehr sehen müsst.